Omi wird auf BitGeld gelistet, einer weiteren Börse und das ist auf jeden Fall mehr als wichtig. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die nächste richtig große Convention an, wo Vibi auch zu Gast ist und wo es möglicherweise auch ein richtig großes Announcement geben könnte. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ansonsten noch eine kurze Stream-Einkündigung für Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit. Dort werde ich wieder eine weitere Folge von Ich bewerte dein Portfolio aufnehmen, zusammen mit euch. Wir werden uns zwei, drei Portfolios anschauen, zusammen mit Chris und Enrico. Deswegen schaltet auf jeden Fall sehr gerne ein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und starten tun wir heute mit der News des Tages und zwar nämlich dem BitGeld Listing, wo Omi nämlich auch schon morgen verfügbar sein wird und das ist tatsächlich schon mehr als cool. Um 12 Uhr morgen wird auch schon das Trading starten. Ab dann könnt ihr auf BitGeld auch den Omi-Token kaufen. Derzeit könnt ihr ihn auf jeden Fall schon mal dort hinschieben auf die Wallet und dort verwalten. Kaufen wird dann aber erst ab morgen 12 Uhr verfügbar sein. Es wird außerdem auch noch ein Event geben, wo ihr insgesamt 11.000 Euro in Omi gewinnen könnt als Omi-Airdrop. Und das Ganze funktioniert so. Und zwar müsst ihr euch natürlich erstmal bei BitGeld anmelden. Das ist natürlich das Wichtigste. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne über meinen Affiliate-Link das Ganze machen. Hier steht zwar in den Terms of Conditions, dass das Ganze nicht für Affiliate-Link-User nutzbar sein soll. Ich bin aber auf jeden Fall gerade dran, das Ganze abzuchecken. Ich werde wahrscheinlich hier ein kurzes Update dann dazu nochmal unten in die Kommentare posten. Da bin ich auf jeden Fall gerade dran, das zu klären. Da ist natürlich auch Leute, die über Affiliate kommen, beispielsweise wenn Leute schon hier über meinen Affiliate-Link gegangen sind, dass das Ganze natürlich auch für diese Leute funktioniert. Auf jeden Fall müsst ihr dann mindestens 20 Dollar im Deposit haben auf BitGeld. Und dann müsst ihr im Prinzip nur noch das Picture vom Trading, sozusagen den Hashtag Omi-Listing-Channel auf dem Ecomi-Channel posten mit der UID. Und wer das Ganze hier zuerst macht, wird auch als erstes hier etwas bekommen. Insgesamt 300 Leute werden hier die Möglichkeit haben, etwas von diesem Pool zu gewinnen, was wirklich schon ordentlich ist. Und hier wird unter anderem auch die Möglichkeit sein, dann insgesamt 34 Dollar in Omi-Token zu bekommen. Was auf jeden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall schon echt in Ordnung ist derzeit. Von daher finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und bin auf jeden Fall gespannt, was hier auch noch in Zukunft mit denen kommen wird. Und der Omi-Token hat sich natürlich auch ein wenig bewegt. Momentan sind wir hier 8,2% im Plus. Und wenn wir uns das Ganze nochmal auf dem Chart anschauen, dann sind wir hier seit Listing doch auch schon ganz gut gepumpt. Insgesamt jetzt gerade 6,68%. Das Top waren jetzt hier schon knapp 9%. Also es ist auf jeden Fall einiges schon an Kaufdruck da. Insgesamt sind wir heute auch hoch korrigiert hier aus einer Zone. Ich denke mal, das war auch tatsächlich jetzt die letzte Korrektur nach unten, die wir gesehen haben. Ob das natürlich aber wirklich so ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das ist meine Hypothese auf jeden Fall dahinter. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir jetzt momentan auch schon wieder hier in diesem Bereich geknackt haben. Und jetzt wird man sehen, was natürlich auch mit dem BitGet Listing an Volumen in den Markt kommt. Und was den Preis möglicherweise auch noch weiter nach oben bringen könnte. Und ein weiteres Szenario sind natürlich nicht nur so Ankündigungen wie zum Beispiel von dem Boxer Parker, der ja mit unter anderem auch zu einer der weltbesten Boxern mittlerweile gehört, sondern natürlich auch Dinge wie die South by Southwest. Denn diese findet zum jetzigen Zeitpunkt auch schon statt und findet in Austin statt. Und für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, was ist denn jetzt diese Messe da, werde ich mal ganz kurz erklären, was das Ganze denn eigentlich ist. Die South by Southwest ist eine jährliche Konferenz und Festival in Austin, Texas. Und sie bringt hier Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen, Musik, Film, interaktive Medien, Technologie und so weiter zusammen. Und hier kommen halt nicht nur kleine Leute zusammen, sondern wirklich auch größere Player. Wie zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall Marvel und auch Vivi. Und das ist äußerst interessant, denn hier haben sie nämlich einen Auftritt unter anderem. Und zwar The Future of Marvel Comics, X-Men and Digital Comics. Und das finde ich persönlich äußerst interessant. Dan wird das Ganze hier leiden. Dieser ist der COO von Vivi und dementsprechend auch mehr oder weniger danach David, der Ranghöchste im Unternehmen. Und ich würde sagen, wir lesen uns einfach mal durch, was denn hier eigentlich möglicherweise kommen könnte. Hören Sie direkt von einigen einflussreichsten und bahnbrechendsten Comiczeichnern von heute, wie sie den X-Men-Mythos weiterentwickeln und diese neue Ära einleiten wollen. Und einem umfassenden Gespräch über die Entwicklung von gedruckten und Digital Comics diskutieren sie gemeinsam mit Marvel und dem Leiter der revolutionären Plattform für Technologie und für digitale Sammlerstücke Vivi darüber, wie die Schnittstelle zwischen Storytelling und Technologie im Jahr 2024 auf aufregende neue Weise zusammenkommt. Und das ist schon äußerst interessant, denn ja, das ist wie gesagt keine kleine Messe, wo mal einfach so ein paar Leute zusammenkommen, sondern da sind wirklich auch große Firmen mit dabei. Und deswegen schauen wir uns mal an, was könnte denn da auf uns zukommen? Denn es sind insgesamt 70.000 Leute, die ungefähr pro Jahr da waren. Jedenfalls war das letztes Jahr der Stand mit 70.000 akkreditierten Fachgästen, die die gesamte Messe hier besucht haben. Also auf jeden Fall schon nicht allzu schlecht. Und was könnte da jetzt möglicherweise auf uns zukommen? Eventuell könnte tatsächlich hier Marvel Unlimited ziemlich interessant werden, denn das ist momentan die Plattform, auf der Marvel so ungefähr alle möglichen Comics momentan launcht. Das Ganze kann man dann hier abonnieren und dann sozusagen diese Comics auch lesen. Hier werden Updates gepostet. Man kann diese Comics auch teilweise runterladen. Und wir schauen uns mal an. Insgesamt monatlich kostet das Ganze hier 9 beziehungsweise 10 Dollar. Und dann haben wir hier noch zwei weitere Möglichkeiten, das zu kaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum Marvel Unlimited? Momentan ist das Ganze noch mit einem Abo-Modell verknüpft. Aber stellen wir uns vor, das Ganze würde tatsächlich in Vivi integriert werden. Und die Leute können dort im Prinzip ihre eigenen Comics kaufen und so dementsprechend auch besitzen. Das würde wahrscheinlich auch rentabler sein, über lange Sicht, als wenn man sich jetzt hier dieses Abo holt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was eventuell auch hier mit Marvel Unlimited passieren könnte. Ich persönlich spekuliere aber tatsächlich ehrlich gesagt darauf, dass hier eine mögliche Kooperation stattfinden könnte. Oder Vivi tatsächlich Marvel Unlimited ablösen könnte. Das werden wir wahrscheinlich aber erst in den nächsten Tagen beziehungsweise am 14. erfahren. Und ich werde euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn es dazu irgendwelche News gibt. Und wir tatsächlich schon über etwas sprechen können. Vielleicht sogar in Richtung Marvel Unlimited. Und das waren jetzt auch schon die wichtigsten News für heute. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittagabend. Und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.